A'udhu Billahi Minayi Shaitan Al-Ajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wie der Bruder schon gesagt hat, mein Name ist Yusuf, früher hieß ich mal André, das ist jetzt ungefähr 5 Tage her, Alhamdulillah. Meine Familie kommt ursprünglich aus Polen, aber ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, lebe hier schon seit 25 Jahren. Von zu Hause aus bin ich eigentlich katholisch aufgewachsen und bin eigentlich auch von meinen Eltern in Anführungsstrichen christlich erzogen worden, also nach der christlichen katholischen Tradition erzogen worden. Angefangen mit dem Islam, mich zu beschäftigen, habe ich eigentlich schon seit meiner frühesten Kindheit, denn Alhamdulillah, meine Nachbarn waren bisher immer gläubige Muslime, Alhamdulillah. Wer mir auch auf dem Weg geholfen hat, ist meine Schwester eigentlich. Alhamdulillah, meine Schwester ist schon vor einigen Jahren Muslimer geworden, Alhamdulillah. Das war's für einen